Wie bitte? Lars Schneider ist der Vater? Dann bin ich wahrscheinlich der Letzte, der das erfährt, oder? Keine Sorge, bis jetzt weiß es noch fast keiner und das soll vorläufig auch so bleiben. Zeit für das Familienfoto. Elisabeth, kommst du? Ich glaube, das lassen wir lieber. Unsinn, du kommst natürlich mit auf das Foto. Ja, cool. Und danach spielen wir, wer gehört nicht aufs Bild? Herr Konstantin, bitte. Also, ich würde vorschlagen, in dem Fall lassen wir das Brautpaar entscheiden. Ich möchte nicht, danke. Elisabeth, lass mal, lass mal. Bitte. So, wenn ihr euch dann bitte alle aufstellt. Bisschen näher zusammen. Ich habe alles eingestellt, wenn Sie dann nur hier auf den Knopf drücken. Lotschen. Tensen. Schönen. Schön!